Der heilige Kral in unserem Unternehmen, die Hall oder besser gesagt die Wall of Fame. Denn hier siehst du eine ganze Menge von Menschen, die alle durch unsere Beratungen, Programme oder was auch immer gegangen sind und die kommen dann an die Wand, da werden die dann dran genagelt und du siehst, wie lang die Wand ist. Und beinahe, da hinten haben wir schon wieder die nächste Wand aufgebaut. Immer dann kommst du da dran, wenn du extreme Sichtbarkeit erreichst. Mehr als eine Million pro Jahr zusätzlich Umsatz machst und Spiegel Bestseller schreibst oder vergleichbar. Ja und jetzt wird es Zeit, dass wir dich an die Wand nageln.